Nicht hier runter. Bam. Knochenbruch. Alles dein Schuh. Oh, jetzt spring ich auch noch daneben. Ich bin gleich wieder oben. Wenn ich jetzt oben bin, dann borde ich dich zu mir. Okay, dann beeile ich mich mal lieber. Ha, Skill. Ich komme hier nicht rüber, dieser Glasblock da, der richtig... Skill. Friss Skill hier. Hm, Erde. Ach, danke. Das ist keine Erde. So. Ich wollte dir keine Spuren hinterlassen. Alter, du brauchst so einen komplizierten Narb, ne? Bis ich dich zu mir gefordert habe. Äh, wo war denn jetzt? Ach ja. Na, das darf ich machen. Ich wette, du portest dich gleich zu mir. Das kann ich dir zu... Hallo, ich bin sogar einmal runtergefallen und wurde mal aufgekommen. Ja, ja, ja. Ey, jetzt warte, jetzt bist du fast da, oder? Ja, ich probiere, ich weiß, ich... Jetzt probiere ich es nach Hause. Jetzt... Nur gucken, dass ich hier nirgendwo gegenspringe. Da ist was. Da... Oh. Warte, jetzt pass auf. Da kannst du eigentlich nicht gegenspringen. Du musst einfach jetzt hier hochspringen, da sofort Schiff drücken. Aber nicht irgendwie fällen, ne? Jetzt da. So, jetzt? Jetzt musst du, ähm, Dings, äh, sprinten. Also da, Doppel-W. Und dann? Richtig. Und jetzt? Jetzt, das musst du eigentlich schaffen. Aber pass auf, da ist kein Klar. Ja, das... Jetzt da hoch. Und? Yeah! Wow. Okay, Applaus. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo Sound habe, der das anzeigt. Also, nicht anzeigt, äh... Ne? Nach circa 20 Minuten hat er es auch geschafft. Yeah! Äh, hallo? Hallo. Wir wollten ohne Minecraft runter. Ich will immer mit Minecraft fahren. Bitte. Du kannst hier bitte ohne Gena, aber ich möchte gerne Minecraft fahren. Das ist aber gemein. Okay, ich drück den Kopf, ne? Okay, tschüss. Ja, ich würde da jetzt irgendwie runter. Noooool. Äh, ich bin mir... Ich dachte, ich muss hier selber an. Nein, Minecraft, nein! Danke. Ich komm, geh ab, noch. Weg da, weg da, weg da. Äh. Wo bist du? Stopp. Ähm. Hier steht Stopp. Äh. Äh, was? Äh. Mongo. Oh, jetzt hab ich alle wieder verpasst, ey. Wo bist du denn? Ich bin unten. Alter, was ist hier explodiert? Ich hoffe, das werden... Alter! Und hier ist die Tür auf. Wo bist du denn? Wo bist du denn hier? Ich seh dich aber nicht. Oder? Ich bin doch gerade in dir vorbeigelaufen. Äh. Äh. Soll ich vorgehen? Ich hab nur noch 18 Erde. Alter! Geh mal da weg. Alter, hallo. Wo bist du? Du gehst vor und... The Gold of Horus. Ich kann mal's eigentlich stellen. Eins, zwei, drei, vier Gold machen. Lass mal das da drinnen. Okay, warte. Da. Tust mal da rein, dann nehm ich's draus. The Gold of Horus. Ey, Moment mal, wir haben 20 Gold, ne? Das geht doch gar nicht. Warte. Oh! Komm mal hier hin, hallo. Lass mal. So, so, you did make it after all. Very well. I found you worthy of my gold. But did you find all of it? But now this. You were just lucky this time and... Ach genau, diese Explosion, ne? Remember this... Ach, ich bin doch, sorry. Remember this, we will be watching you, Red Brother. Geh, warte, zum Beweis. Hallo. Komm mal hier hin, hallo. Ähm, hier, dann kannst du mal den Zuschauern zeigen. 20 Gold. Ich bin rein. Yay, 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 yay. Und jetzt gib mir das wieder. Alles schön, einzeln. Einzelne Gold war verpackt. Und jetzt lass mich vor, ich will sterben. Äh. Moment mal, jetzt ist hier... Hä? Continue your journey, 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 journey. You will meet again. The end. Ah, oh. Da hinten ist ein Creeper in der Luft. Ohne Scheiße. Was ist das denn? Das... Hä? Da war... Loool. Das muss ich mir im Video immer mit dem Knopf angucken. Das ist andere. Hm. Äh, ich will mir mal diese Explosion angucken. Kommst du mit? Ja. Oh, oh. Guck mal da hoch. Guck nach oben. Nicht da. Guck da nach oben. Andere Seite. Ja, das meine ich doch. Ich wollte mir die das mal angucken. Ich glaube, wir haben das... Den ganzen Tempel-Dings in die Luft gesprengt. Oh. Eine Fackel. Ja. Das war sie also. Temple of the Gods Teil 1. Oder? Ja, das war Teil 1. Wenn wir Zeit haben und Lust haben... Eine Rühne. Wenn wir Zeit und Lust haben, werden wir auch noch 2, 3 und 4 machen, denke ich. Oder? Also ich hätte... Oh. Redstone. So sieht das also alles hinter den Kulissen aus. Also noch abschließend ein Fazit, Fabi. Ich fand die Map... Ähm... Ich fand sie gut. Also... Die war nicht zu lang. Die war nicht zu kurz. Es hat alles, was wir wollten... Nicht, was wir wollten. Was es zu erledigen gab. Es hat alles funktioniert. Außer, dass wir etwas lange gebraucht haben, um diese... Ähm... Sonne des Ra oder was das war da hochzubekommen. Ich. Ähm... Diesen Last Tempel da hochzubekommen. Hochzuspringen. Sprinten. Sterben. Alles Mögliche. Und wie fandst du die Map? Ja, ich stimme dir im Großen und Ganzen zu. Ich fand aber... Also meiner Meinung nach war es vielleicht etwas zu kurz, finde ich. Naja, dafür gibt es vier Kapitel. Ja, okay, das stimmt auch. Zum Beispiel Escape Island, das war auch... Da gab es auch viele Rätsel. Also wenn es auch sowas bei dieser Map wäre, dann wäre es auch richtig gelungen, finde ich. Wir können ja mit der Zeit mehr nachfragen, ob wir da noch mehr Maps finden. Ja, dann würden wir uns verabschieden, oder? Wir hätten dann noch eine kleine Abschlussidee. Irgendwo unterscheiden. Und sterben, genau. Äh... Die Ronimo. Kann man hier sterben? Hehehe. Jaaaaaaah! Boah. Naja, wir haben 20 Volt, ne? Müssen wir mal im Microphone buchsen. Ey, warte, wir gehen den Berg da hoch und dann war es das auch für die Folge, oder? Okay, zu dem Kaktus da oben. Auf dem Berg hier rechts steht dein Kaktus. Das ist aber... Ohne Würde. Warte, bau den nochmal da hin. Dann krepieren wir so lange, bis wir nur noch 5 Herzen noch haben und dann schwimmen wir runter. Okay, bist du bereit? Nein. Warte. Bei 5 Herzen? Nein, bei 3 Herzen. Okay. Okay. Das war's von Temple of the Gods. Und wir sind jetzt zu Ende. Ciao und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Wir sind zu Ende. Hehehe. Ciao.